Herzlich willkommen bei Folge 6 von Beyond Good and Evil. Hier sind wir immer noch in der alten Mine und wir müssen jetzt hier an diesem Ding da vorbei. Und wenn ich mich richtig erinnere, kann man sich genau, kann man sich hier vorbeiquetschen. Puh, ohne mich, Tate! Da bist du nicht schlank genug. Hey, Tate! Zusammenbleiben, verdammt ich! Keine Sorge, bin ja hier. Hier wird nichts passieren. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Älteren. Das ist richtig. Das muss man tun. Respektiere die Älteren. Hier ist so ein Doppelschalter, den wir hier wieder mit unserem Onkel Paige aktivieren müssen. Also allein geht sowieso nichts weiter. Da sind Kristalle und hier ist so ein Feuerteil, mit dem wir zum Beispiel die Kristalle abschießen können. Und wir können auch unserem Onkel sagen, er soll die Super-Action machen. Hol sie dir, Mädchen! So, die müssen wir schnell einsammeln. Die verschwinden, glaube ich, nach einer kurzen Zeit wieder. Und hier oben haben wir einen Wagen mit Feuerwerkskörpern. Ich glaube, den müssen wir genau in Position schieben. Und dann müssen wir das mit unserem flammenden Freund hier entzünden. Eine zündende Idee, sozusagen. Jetzt! Genau. Genau. Oh! Sorry. Ich glaube, ich habe noch eine Erinnerung rausgekramt. Ich glaube, da ist irgendwie hier kann man noch eine ganz seltene Spezies fotografieren. Ja, genau. Der da nämlich. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen werden, zu fotografieren. Aber wir versuchen es mal. Amoeba Polypodia. Eine Polypodia Amoeba? Mein Kompliment. Gibt immerhin 750, ja. Genau, da habe ich... Ich finde dieses Totenkopf-Symbol hier witzig. Habe ich jetzt schon in mehreren Spielen verwendet gesehen. Einfach eine nette Idee, Totenkopf netter aussehen zu lassen. So, dann wieder hier. Wir gehen hier drauf. Ups, und unser Onkel soll uns dann... Hochkatapultieren, genau. Du musst mir aufmachen, Jade. Genau, wir müssen hier aufmachen. Und hier ist die andere Seite. Nein, ich habe gerade keinen Hunger. Oh, sorry. Falsche Taste. So, was haben wir hier? Ich glaube, hier war auch irgendwo ein Tier zum Fotografieren. Ja, wir müssen jetzt erst mal unserem Onkel Paige hier aufmachen. Genau. Ja, ich glaube, das hat... Da musst du aber schon reinkommen, mein Onkel. Ich glaube, das hat irgendwas hier mit diesem... Ja, genau. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bauch riechen. Tja, wenn man das Licht halt ausmacht, dann funktioniert das. Gut. Dieses Gitter hier, da muss mein Onkel ran. Onkel Paige. Ah, jetzt hat er es geschafft. Peng. Na dann, gehen wir. Kann man mit ihm noch was reden? Haben wir alles gesehen? Du musst suchen, Jade. Such überall. Hm, danke. Das ist ein toller Typ. Ich glaube, wir haben alles gesehen hier, was wichtig ist. Gerade noch erwischt. Ein Nautilus Fluorreus. Das habe ich gerade so gesehen. meine Mathematiker-Kollegen sind von Nautilus-Muscheln fasziniert. Hm. Die Teile kann man, glaube ich, nicht fotografieren. Da sind Kristalle. Gut. Oh, Babys. Oh. Möchten Sie braun oder weißen Toast zum Omelette, Fräulein Trampel? Was ist das? Plan- Palin- Palinurus- Rupestris. Ah, ja. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. 900. Oh, die sind scheinbar wirklich selten. Aha. Den habe ich über die Klippe springen lassen. Sehen wir diesen Nautilus noch irgendwo? Ich glaube, der ist sehr schwer zu fotografieren. Naja. Aha, was mache ich hier? Ouh. Genau. Aua. Genau, auch der. One Jade. Auf geht's! Aha. Puh, mit dem Letzten. Oh. Okay. Da ist er, der Nautilus. Schneidet, würfelt, plättet. Das ist auch ein schöner Spruch. So, dann können wir hier mal wieder am Rad drehen, sozusagen. Ah, aber es geht nicht ganz. Aber da müssten wir raufkommen, jawohl. Aha. Oh, da wäre noch sowas. Naja. Äh, ich... Werde mal ein bisschen einkaufen. Auto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Den nehme er auch. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Weil, ähm, soweit ich das weiß, haben wir... Starre Kurs haben wir noch, ja. Und Kababs sind dann einfach besser, weil wenn wir dann mehr, ähm, Miese haben... Oh, das ist aber schade, dass wir diese... An die Mohnen alle hauen müssen. Äh... Gibt es da hinten wirklich nichts mehr? Zu sehen? Da war doch noch irgendwas mit einer Brücke und einem Kristall, oder? Ah, da hätte man speichern können. Wahrscheinlich hätte ich da einen von diesen Viechern da dagegen schleudern müssen. Ah, das sehen wir, schau mal. Nautilusse mit Babys. Haha, süß. Ja, gut, das habe ich jetzt verpasst. Ähm, da habe ich jetzt nicht geschnallt, dass ich da an die Brücke einhin klatschen hätte müssen. So. Hui. Muss ich die auch? Oh, muss ich wohl bekämpfen. Aha. Zusammen haben wir geplättet. So. Dann gehen wir mal weiter hier. Diese Brücke sieht aber seltsam aus. Gut. Dann machen wir das mal. Das war ein schönes Foto. Fantastisch. Ich leite es an Mr. DeCastellac weiter. Gut. Zwischensequenz. Oh, das ist unheimlich. Vielleicht wollten die nicht fotografiert werden, diese Doms-Kreaturen. Es ist genau so, wie es aussieht. Wir haben ein riesen Monster verärgert. Genau, ein Foto von diesem Ding machen. Ah. Ah, verdammt. Ich warte auf dein Zeichen, James. Da ist er. Da ist er. Pterolimax Gigantea. Pterolimax, das ist eines der Doms-Geschöpfe. Oh, Hochhacks. Was ist mein Onkel in Ruhe? Kein Problem. Auf geht's! Dich fang ich, du Viech. Boah, dem Strahl müssen wir wahrscheinlich ausweichen. John. Wo kommt er raus? Los geht's, Uncle Paige. Autsch! Ah, verdammt. Enge Kurven laufen, damit er nicht an mich rankommt. Das ist nix. Kein Problem. Autsch! Jetzt! Und schwächer, James! Halt uns! Ich versuch ja. Ah! Wo ist er? Den hätten wir erledigt. Und wie es jetzt weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Tschau! Tschau!